Der nächste Text ist ein mehrteiliger Text. Den Spruch, was man nicht im Kopf hat, hat man in den Beinen, höre ich besonders oft von Leuten, die den ganzen Tag hinter einer Glasscheibe sitzen. Ob denen wohl bewusst ist, dass der Arsch zum Bein dazugehört? Hätten wir Menschen keinen Arsch, so könnten wir bloß noch sitzen. Als die Sängerin Grace Jones einmal gefragt wurde, welchen Teil ihres Körpers sie am liebsten mag, hat sie geantwortet, oh, ich denke, das wäre dann wohl mein Arsch. Ich glaube, Gott hat ihn gemacht. Das menschliche Gesäß ist tatsächlich ein kleines Kunstwerk, ein anatomisches Tryptychon aus drei Segmenten, von denen das mittlere den größten Tiefgang besitzt. Wie auch bei den folgenden drei Shit-Happens-Geschichten, von denen eine komplett erlogen ist. Teil 1. Interruptus Man sollte den Wohnungsschlüssel von Freunden, deren Katze man versorgt, danach immer sofort zurückgeben. Die Bequemlichkeit verleitet dazu, ihn einfach zu behalten. Ist man jedoch erst einmal das Zweitschlüsselkind, dann geschieht das Undenkbare zu undankbarster Gelegenheit. Loyal und zuverlässig, wie ich es vor einigen Jahren noch war, hatte ich gleich mehrere Katzenschlüssel in meiner Verantwortung und war natürlich jederzeit telefonisch, erreich und in Fußnähe verfügbar. Eines Tages brach einem guten Freund sein Wohnungsschlüssel im Zylinder ab, woraufhin mein Telefon Sturm vibrierte und zwar mitten hinein in das unverhoffte Glück dessen, was mein erster flotter Dreier hätte werden sollen. Noch dazu in meiner Traumkonstellation mit zwei überaus bisexuellen jungen Damen und meiner Wenigkeit als Boy-Toy. Verkehrsuntauglich schwang ich mich auf mein Fahrrad, einem anderen Mann Einlass zu verschaffen. Bebend vor Zorn verspürte ich dennoch eine tiefe Verbundenheit mit dem armen kleinen Schlüsselchen, welches da dumm abgebrochen und mit seinem Kopf ganz woanders im Loch steckte. Sämtliche meiner Freunde und Bekannten haben mittlerweile präventiv ihre Schlüssel von mir zurückerhalten. Meine zweite Chance auf eine Ménage à trois lässt bis heute auf sich warten. Teil 2 Kein Wort zum Croissant-Tag Zwei dunkle Brötchen bitte, sage ich und achte darauf, am Ende gut hörbar die Stimme zu senken. Passend abgezählt und klangvoll lasse ich das Geld in die Schale auf dem Tresen fallen. Gleich wird die Bäckerei Fachverkäuferin mich fragen, was es denn sonst noch Schönes sein darf zum Kaffee, vielleicht ein Croissant? Sie wird dies tun, weil sie es eben tun muss. Sie würde es lassen, wenn sie dürfte, aber sie darf nicht. Denn die geistig zurückgebliebene Geschäftsleitung hat beschlossen, dass immer noch einmal nachgefragt werden soll, was es denn sonst noch Schönes sein darf zum Kaffee, vielleicht eine Rosinenschnecke? Aber heute ist ein so schöner Sonntagnachmittag und ich bin fest entschlossen, diesem Verkaufsautomatismus ein wenig Sinn zu verleihen. Zwei dunkle Brötchen bitte, werde ich sagen. Und wenn sie mich dann fragt, was es sonst noch Schönes sein darf zum Kaffee, vielleicht ein Franzbrötchen? Dann werde ich hörbar durch die Nase einatmen, mein vorgeschobenes Kinn berühren und sagen, ach wissen Sie, ich glaube, ich nehme heute noch ein schönes Marzipan-Croissant zum Kaffee, danke der Nachfrage. Oder vielleicht werde ich die Bestellung sogar gleich singend aufgeben. Höchstwahrscheinlich wird sie zunächst etwas irritiert reinschauen, mir dann aber lächelnd ihre Telefonnummer in mein Hörnchen kratzen. Nach Feierabend wird sie mich in ihre Lebkuchenhaushälfte einladen. Dort werden wir uns ein Spritzküchlein teilen, einen Kaffee trinken und darüber fachsimpeln, wie sich geschnitten Brot dieser Tage so verkauft. Tüte bitte auflassen, sind noch warm. Der Nächste bitte! donnert sie und holt mich unsanft in die Realität zurück. Ausgerechnet heute hat die Matrix einen Riss, denn was es sonst noch Schönes für mich sein darf zum Kaffee, das interessiert sie nicht, die Bohne. Ernüchtert trotte ich nach Hause, nur begleitet vom schwindenden Surren des Wespenhäckslers. Ein paar Tage später wird eine Pferdekutsche an der Bäckerei vorüberfahren und direkt vor dem Eingang ein riesengroßes Apfelkompott hinterlassen. So sieht sie nämlich in Wirklichkeit aus, die Solidarität unter der arbeitenden Bevölkerung. Teil 3 Katzenseide An diesem Wochenende haben wir Moses bei uns zu Gast. Moses hat unglaublich üppiges und langes Fell, besonders an seinen Hinterläufen. Seine Besitzer, gute Freunde von uns, wollen verreisen und wissen, dass ich ein gutes Händchen bei der Pflege von Katzen habe. Moses, ein extrem verschmuster Maine Coon-Kater, soll nicht allein zu Hause sein, weshalb wir ihn am Freitag mitsamt Spielzeug und Katzenklo vorbeigebracht bekommen. Keine Sorge, wird uns versichert, der Moses ist ganz lieb und stubenrein. Und tatsächlich, er ist so lieb und stubenrein, dass ich schon bald sein Klo dem unseren vorziehe. Eine erwachsene Katze benötigt jeden Tag etwa 300 Gramm Futter. Davon kann sie am gleichen Tag bis zu 900 Gramm Ausscheidungen produzieren. Das Ausmisten des Katzenklos begreife ich mittlerweile als ein Spiel. Ich nenne es die Umsiedler von Katzern. Am Samstag macht sich ein eigentümlicher Geruch in unserer Wohnung breit. Wir vermuten zunächst das Schlimmste und überprüfen die Sohlen unserer sämtlichen Schuhe. Finden jedoch nichts. Und auch das Katzenklo erweist sich als olfaktorische Wonne. Denn Moses ist so lieb und stubenrein, dass er sich nach dem Toilettengang die Pfoten wischt. Die Herkunft des Geruchs bleibt vorerst ein Rätsel. Der Tag neigt sich dem Ende und wir wollen schlafen gehen. Auch Moses möchte schlafen. Und zwar bei uns im Bett. Und warum auch nicht, denn er ist so lieb und stubenrein, dass ich mich absauge, bevor ich ihn auf den Arm nehme. Moses kommt also ins Schlafzimmer geschlichen und hüpft auf unser Bett. Und plötzlich ist er uns ganz nah, dieser Geruch. Eingeflochten in üppiges und stolzes Maine Coon Fell baumelt einem Kokon aus Katzenseide gleich ein daumengroßes Stückchen Scheiße von Moses rechtem Hinterlauf. Dort hängt es wie ein stinkendes Beiboot an der Titanic. Und dann geht alles ganz schnell. Um Himmels Willen, wir müssen das rausschneiden. Der reibt sich doch ständig an den Wänden. Äh, 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 ich versuch's ja, aber er hält nicht still. Äh, 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 naja, dann halt ihn doch fest. Äh, nein, halt du ihn fest, ich kann nicht beides gleichzeitig. Äh, äh, gut, dann nimm du die Schere und ich halt ihn fest. Beim Durchtrennen des letzten Stückchens Fell hechtet Moses mit einem olympionikischen Satz über meinen rechten Arm und nimmt dabei schließlich meine Schulter als Rampe. Dabei zerfetzt er meinen Schlafanzug bis runter auf die Knochen. Den Sonntag verbringen wir schweigend. Noch Wochen später entdecken wir auf Schienbeinhöhe kleine braune Schlieren an unseren Tapeten.